So, wieder eine Heilboot-Premiere beim Gonorgo-Team. Gonor hat einen im Clinch. Die sind leider nur zu zweit im Boot, deswegen muss ich gleich eine Landungsphase ausmachen. Kommt er mit, ne? Kommt mit, ne? Kommt mit, ja. Aber, ganz so geil ist er dann. Ich weiß es nicht. Ich hab noch nie einen gefangen. Kann das nicht einschätzen. Möchtest du den haben? Also mitnehmen? Äh... Mal schauen, wie groß er ist. Bist du gleich kommen, ne? Ah, ja. Ich filme ihn noch mal eben, wenn er am Wasser ist. Und dann lege ich die Kamera weg und hole ihn dir raus, ja? Das sehe ich nicht. Kommt er, kommt er. Ja. Ah, ein netter. So, ich mach aus. So, da haben wir ihn. Gunas erster Heilboot. Gut gehakt, mit einem Haken nur. Dann zeig ich ihn mal her. Die wehren sich, ne? Ja. So, nehmen wir mal den Schwanz, vorsichtig. Ja. 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 Und weg. Und weg. Ja. 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 Vielen Dank.